Ja, genau, also bevor wir schon bald vor der ersten Kaffeepause von heute widerstehen, haben wir noch die Freude, dass wir von einem Unternehmen hören dürfen. Es ist eigentlich auch ein guter Aufhänger. Amanda hat es ein bisschen frei paraphrasiert gesagt, with open source you have to engage, you have to contribute. Und da sind wir eigentlich bei der SBB. Weil die SBB neu in der Open Rail Association mit den Gründungsmitgliedern SBB, SNCF, DB und der UIC auch Eigenentwicklungen als Open Source Software entwickelt und veröffentlicht und damit vom Open Source Nutzer zum Creator wird. Und ja, wir freuen uns jetzt sehr, mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Jochen Decker. Jochen Decker ist Mitglied der Konzernleitung der SBB und CIO. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, guten Morgen zusammen im Namen der SBB. Ich muss Matthias verbessern. Der Matthias hat zur Einführung gesagt, Open Source ist nach 30 Jahren noch aktuell. Ich glaube, das wird jetzt erst so richtig aktuell, weil eigentlich haben wir erst jetzt die ganzen Bausteine, die es wirklich braucht, um Open Source breit produktiv zu nutzen. Auch wenn man sich nicht vorstellen kann, die SBB ist eine Open Source Firma. Wenn Sie ein Ticket lösen, läuft das Ding auf Open Source, wenn Sie Zug fahren, fährt das Ding weitgehend auf Open Source. Das heißt, es ist auch möglich, in diesem Bereich der kritischen Infrastrukturen auf Open Source Lösungen zu setzen und das an und für sich mit großem Erfolg. Das Ganze kommt nicht von heute auf morgen, das ist wirklich eine Reise. Bei uns hat das so um die zehn Jahre gedauert und jetzt sind wir wirklich weitestgehend auf Open Source. Und das fängt eben an, man nutzt das erstmal, man macht so seine Erfahrungen und dann wird man langsam so zum Contributor und wirkt wirklich viel, viel aktiver an dieser Reise mit. Und auf diese Reise möchte ich Sie mitnehmen. Hier in Bern muss man nicht mehr erzählen, was ist die SBB. Da ist es viel wichtiger, mal einen Einblick zu geben, was ist überhaupt die SBB Informatik. Wir sind eine der größten ITs in der Schweiz, um so um die 750 Millionen IT-Budget, knapp 1500 interne Mitarbeitende, viel Business dabei, viele externe, so alles in allem sind es dann so 2800 Leute, die bei der SBB IT machen. Und wir machen da eigentlich die gesamte IT, die wir brauchen, um unsere Bahn zu planen und zu betreiben. Das merken Sie als Kunde, die SBB App, die Kundeninformation, die Webseite. Unsere Mitarbeitenden, die haben ihre PCs, ihre iPads, die haben das SAP. Vor allen Dingen aber der ganze Bahnbetrieb wird von unserer IT unterstützt. Sei es jetzt in der Erstellung der Fahrpläne, in der Disposition der Züge oder auch im Unterhalt des Rollmaterials. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir da so viel Geld ausgeben. Die SBB IT ist eigentlich so eine gigantische Optimierungsmaschine. Wir haben ein riesiges Netz und unser Antrieb ist einfach, dass wir dieses Netz optimal auslasten. Auf der gegebenen Infrastruktur möglichst viele Züge fahren. Unseren Kunden einen möglichst guten Service bieten. Unser Rollmaterial optimal auslasten und unser Personal auch optimal auslasten. So vermeiden wir das, dass wir neue Infrastruktur bauen müssen oder kaufen müssen. So Faustregel, wenn man das schafft, so durch IT-Einsatz Infrastrukturausbauten zu vermeiden, ist so der Return on Investment auf der IT-Lösung so ungefähr Faktor 10 bis 50 von der Infrastrukturinvestition. Von daher ist das eigentlich immer ein guter Deal, da in IT zu investieren. Führt auch dazu, dass wir sehr, sehr viele Individualentwicklungen haben. Es gibt kein SAP for Rail, wo man sich einfach so ein fertiges Paket kaufen kann, mit dem man eine Bahn macht. Das heißt, das sind alles Eigenentwicklungen. Das macht es für unsere Leute eben auch sehr, sehr spannend. So die Kombination aus super spannenden Projekten und eben den Purpose, den man hat, wenn man einfach für eine Bahn arbeitet, auch mit diesem großen Nachhaltigkeitsgedanken. Deswegen sind wir da sehr attraktiv auch am Arbeitgebermarkt. Jetzt aber aus der Thematik, dass wir extrem viele Eigenentwicklungen haben, stellt sich immer die Frage, ja wie betreibt man denn das? Weil dann müssen wir eben auch die IT-Infrastruktur selber betreiben. Und das war früher sehr, sehr teuer. So bis 2015 war das noch so dieses ganze klassische Modell. IT-Infrastruktur kauft man closed, da hat man eine IBM-Maschine, da läuft ein IBM-Betriebssystem drauf, da läuft eine IBM-Datenbank drauf, da läuft ein IBM-Kommunikationssystem drauf und das über die ganze Technologie. Es gibt eine Oracle-Datenbank, läuft auf einer Oracle-Maschine, kostet. Der Larry Allison muss ja seine Yachten finanzieren. Das Ganze ist sehr, sehr komplex, aber auch leistungsfähig. Und so ums Jahr 2015 hat da so eine Zeitenwende begonnen. Es gab auf der einen Seite immer viel mehr leistungsfähige Cloud-Lösungen. Mittlerweile gibt es Datenbanken, die mit Oracle mithalten können. Es gibt Applikationsplattformen, die mit einem IBM-Web-Sphere mithalten können. Es gibt Betriebssysteme, die locker ein Windows outperformen. Vor allen Dingen gibt es aber die Cloud. Und die Kombination Open Source und Cloud hat wirklich die IT-Infrastruktur revolutioniert. Und wir haben uns 2016 entschieden, einen doppelten Strategiewechsel zu machen. Wir haben auf der einen Seite entschieden Cloud-first und auf der anderen Seite entschieden Open-Source-first. Und seit 2016 haben wir jetzt angefangen, ganz konsequent unsere gesamte IT-Infrastruktur in die Cloud auf Open-Source zu migrieren. Und das heißt dann eben, eine Applikation läuft nicht mehr in Java auf IBM, sondern die Applikation, die läuft jetzt auf Open-Shift. Die Datenbank ist nicht mehr Oracle. Die Datenbank ist jetzt Postgres. Kommunikationssystem ist kein MQ-Series, ist jetzt Kafka. Das Betriebssystem ist nicht mehr Windows-Server. Das ist jetzt Red Hat Linux. Und das Ganze ist schön sauber in Kubernetes-Container oder in Open-Shift-Container verpackt und wird auf einer Cloud deployed. Also wenn Sie jetzt beispielsweise in der SBB-App ein Ticket kaufen, das läuft voll auf einen Open-Source-Stack auf der Amazon Cloud. Da ist keine physische Hardware mehr dahinter und da ist keine kommerzielle Komponente dahinter. Und das hat uns ermöglicht, viel flexibler zu sein, in einer besseren Qualität zu produzieren und vor allen Dingen viel, viel billiger. So bis 2015 hatte diese ganze IT-Infrastruktur mit den Lizenzen ungefähr 25% des IT-Budgets ausgemacht. Heute sind wir unter 10% des IT-Budgets für diese Basic-IT-Infrastruktur-Leistungen. Und das ermöglicht uns jetzt natürlich, dann für den Dani Wagmalder, so aus dem Franken, den wir vom Bund bekommen, viel mehr Business-Funktionalität zu machen. Einfach weil der Betrieb günstiger wird. Und das ist auch der Anspruch, den ja auch das Land an uns hat, dass wir mit dem Geld effizient umgehen. Also es ist auch unser Job, den Betrieb möglichst effizient zu machen. Und da hat uns Open-Source ganz massiv geholfen. Also auch in der kritischen Infrastruktur, und Zugfahren ist kritische Infrastruktur, funktioniert Open-Source-Software wunderbar. Und zwar über den ganzen Stack. Wir merken das auch extrem bei der Arbeitgeberattraktivität. Das hat die Amanda auch gesagt. Gerade jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen, von denen will keiner mehr auf Oracle lernen. Von denen will keiner mehr auf IBM lernen. Mein Sohn ist 18, der geht in die Informatik. Ich habe ihm gesagt, du könntest noch COBOL lernen, auf einer IBM-Kiste. Er sagt, hey, also ich lerne Java, ich lerne Python, ich lerne R. Von den Jungen will niemand mehr auf diese kommerzielle Software. Die gehen alle auf Open-Source. Von daher ist das für die Arbeitgeberattraktivität extrem wichtig. Und wie gesagt, jetzt so nach gut zehn Jahren sind wir damit fertig. Die Infrastruktur läuft jetzt quasi vollständig auf Open-Source. Das Ganze ist jetzt eher Open-Source-Nutzung. Wir haben da unsere Cloud-Lösungen, unsere Automatisierungen haben wir auch, wie es sich gehört, da in GitHub eingestellt. Da sind wir schon Contributor. Aber das war eher nur in einem sehr, sehr kleinen Ausmaß. Und von daher haben wir uns gedacht, ja, was können wir denn noch machen? Wie können wir denn noch mitwirken an dieser Open-Source-Welt? Und ein ganz, ganz einfacher Einstieg ist im Bereich Daten. Also Daten kann man viel, viel leichter teilen mit einer viel, viel niedrigeren Eintrittshürde als Applikationen, als Software, als Code. Und gerade der ÖV hat eine große Tradition im Teilen von Daten. Wir dürfen im Auftrag des BAVs die Open-Data-Plattform der ÖV-Branche betreiben. Da wird relativ viel an Daten ohnehin schon frei publiziert. Und wir haben also 2016 entschieden, noch mehr Daten zu teilen. Der Grundsatz war Open-Data-First. Also alles, was man nicht kommerzialisieren kann und alles, was nicht schützenswert ist, wie sicherheitsrelevante Daten oder Personendaten, ist per Default Open-Data bei der SBB. Es gibt da noch ein zweites Open-Data-Portal, neben dem Portal, das wir für den gesamten ÖV betreiben, wo alle SBB-Daten drauf sind, die wir als Open-Data benennen können. Es gibt zum Teil sehr kuriose Diskussionen. Also es ist nicht so, dass der Datensatz per se immer direkt auf die Open-Data-Plattform kommt, sondern da gibt es, wie es sich gehört, noch Freigabeprozesse. Da gibt es dann auch so Diskussionen, ob man die Elvetino-Speisekarte auf Open-Data setzen kann. Und das zeigt halt einfach auch, wie kulturell schwierig das ist, in so einem gewachsenen Unternehmen diese Open-Data- und Freigabeentscheide zu treffen. Es funktioniert aber extrem gut. Wenn wir sagen, Daten sind dieses neue Gold, und das stimmt, dann nutzt es ja nichts, wenn dieses Gold im Tresor verkümmert. Dann kann man jeden Tag mal reingehen, eine Goldbahn streicheln, aber es passiert nichts. Sondern wir müssen ja dieses Gold unter die Leute bringen und damit die Innovation zu fördern. Und eigentlich das schönste Beispiel, das wir haben für so eine Open-Data-Innovation, ist unsere SBB-App mit den Kacheln. Das haben wir nicht selber erfunden als SBB, sondern die Fahrplandaten waren über Open-Data bereitgestellt. Und eine kleine Drittfirma hat das einfach mal in einem Hackathon probiert. Die hatten ihre Lösung mit den Kacheln, haben das Ding da programmiert mit unseren Daten. Und das hat am Markt so gut funktioniert, dass wir letztendlich hinterher dieses Produkt zurückintegriert hätten. Also wenn wir das nicht Open-Data gesetzt hätten, unsere eigenen Leute wären nie auf diese Lösung gekommen, da müssten sie alle noch reintöckeln, Bernd Zürich, und könnten nicht einfach mit einem Wisch da die Fahrplanauskunft holen. Anderer Bereich, wo sehr, sehr viel passiert mit Open-Data, ist im Bereich der Inclusion, Behindertenunterstützung. Alles, was so in Richtung zum Beispiel Unterstützung von Sehbehinderten geht, von Hörbehinderten geht. Da passiert extrem viel aus Open-Data. Diese Community ist extrem aktiv, die veröffentlichten Daten in eigenen Apps aufzunehmen und da Lösungen zu bauen, die genau diesen Zielgruppen zugutekommen. Das ist wirklich faszinierend. Das kommt dann quasi vom Nutzer für den Nutzer. Die Kollegen wissen eben viel, viel besser, was sie eigentlich brauchen, als dass irgendjemand in einer Zentrale von so einem großen Konzern wie einer SBB wissen könnte, was jetzt die spezifische Nutzergruppe überhaupt braucht. Restricted-Data, das sind Daten, die kann man noch verkaufen unter bestimmten Bedingungen. Und wie gesagt, Closed-Data, das sind Daten, die geben wir auf keinen Fall weiter. Das sind Sicherheitsdaten, das sind Personendaten, alles, was es da gibt, was man auch nicht will, was rausgeht. Wie gesagt, wir waren der Vorreiter. 2016 hat das Ganze angefangen. Jetzt kommt es neu auch unter diesen Themen Open Governance Data, wo es weiter rausgeht. Lassen Sie sich auf die Reise ein. Sie bekommen Innovation, aber ungerichtete Innovation. Sie geben die Daten raus. Sie wissen nicht, was damit passiert. Wer nutzt diese Daten? Was macht man mit diesen Daten? Das kann rauskommen, dass irgendjemand programmiert genau das, was Sie schon immer wollten. Es kann aber auch rauskommen, dass irgendjemand programmiert irgendwas, was für Sie überhaupt nicht relevant ist. Das Gleiche auch mit, nennen wir es mal so, Vertrauen oder Kontrolle. Wenn Sie Daten freigeben, die werden angeschaut. Und wir hatten da bei der SBB auch ein paar schmerzhafte Diskussionen, wo halt über die Daten, die wir selber veröffentlicht hatten, dann auch Diskussionen rauskamen. Stimmt überhaupt unsere Pünktlichkeitsstatistik? Oder wie ist jetzt wirklich die Situation bei der Einhaltung des Behindertengesetzes an diversen Bahnhöfen? Wie weit sind wir da fortgeschritten? Aber die Daten stimmen in dem sein. Das heißt, diese öffentliche Kontrolle, die da kommt, da wird ja nichts gelogen, sondern ist die Realität und der müssen wir uns als SBB auch stellen. Von daher, das challenged uns. Unterm Strich führt es dazu, dass wir einfach effizienter werden, weil man ein paar Sachen einfach nicht mehr selber machen muss und man einfach gewisse Dinge abkürzen kann. Von daher, die ganze Geschichte mit Open Data ist aus unserer Sicht wirklich ein Erfolg. Und ich lade Sie da wirklich ein. Gehen Sie den Weg. Geben Sie Daten frei. Das tut nicht weh. Es wirkt. Es wirkt nicht sofort. Und lassen Sie sich überraschen, wie es wirkt. Es ist wirklich überraschend. Aber es funktioniert. Wie gesagt, die Geschichte mit den Daten, das war so auch so, 2016 ist inzwischen kuro-normal, dass wir das machen. Und dann war die Frage, wie geht es jetzt weiter mit Software? Ja, weil Bahnen haben eigentlich alle plus minus die gleichen Probleme. Wir haben die gleichen Geschäftsmodelle, wir haben die gleichen Herausforderungen. Es gibt keine Standardsoftware, die man einkaufen kann. Das heißt, alle Bahnen entwickeln plus minus die gleichen Applikationen. Jetzt in der Welt, wo wir a weniger Geld haben und wo es b weniger Arbeitskräfte gibt, macht es schlicht und einfach keinen Sinn, wenn zwei Bahnen die gleiche Lösung entwickeln. In der Schweiz funktioniert das sehr, sehr gut. Da haben wir dankenswerterweise das BAV. Hier gibt es das Instrument der Systemführerschaft und Dinge, die wirklich alle Bahnen gleich brauchen, die werden in der Schweiz nur einmal gebaut. Das macht meistens der Systemführer. Im Bereich der Infrastruktur sind das wir. Im Bereich des Vertriebs wird das koordiniert durch den Verband öffentlichen Verkehr oder über die Allianz Swiss Pass. In der Summe ist das relativ viel. Wir als SBB erbringen so für rund 60 Millionen im Jahr IT-Leistungen für die Branche, wo wir eben diese Systemführerschafts-Applikationen bauen und betreiben. Also Schweiz gut, Europa ehrlich gesagt Katastrophe. In Europa haben wir genau das gleiche Problem. Wenn wir international Zug fahren wollen, müssen die Standards zusammenpassen. Auch jetzt in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien muss man Fahrpläne erstellen. Die haben genau die gleichen Probleme wie wir. In der Vergangenheit war es aber so, dass so alle kommerziellen Versuche, da über Konsortien gemeinsam Software zu entwickeln, die sind grandios gescheitert. Primär nationale Egoismen. Aber auch am Ende die Frage, wer bezahlt, wer entscheidet, wem gehört das Ganze, wie verteilen wir das Fell des Bären, wenn er erlegt ist. Also es hat nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns jetzt gemeinsam mit der UIC, Internationale Eisenbahnbehörde, mit der SNCF und der DB zusammengetan und haben einen Open-Source-Verein gegründet. Weil genau die Themen, wem gehört die Software, wer bezahlt das Ganze und wer kriegt den Nutzen, die sind in Open-Source gelöst. Da gibt es klare Policies, da gibt es klare Rezenzmodelle, aber es ist da gelöst. Und deswegen haben wir da im Frühjahr diese Open Rail Association gegründet. Funktioniert sehr gut. Mittlerweile haben wir mehr Mitglieder. Norwegen ist jetzt beigetreten. Bis Ende des Jahres kommen dann auch ein paar andere Bahnen dazu. Ich selber habe noch nie so viele Rückmeldungen auf einen LinkedIn-Post bekommen, wie auf die Gründung dieser Foundation. Also das Thema Open-Source-Software im Bahnumfeld funktioniert extrem gut. Und es ist dazu gedacht, dass man so diese Hürde überwindet, wem gehört das Ganze. Und das funktioniert wirklich gut. Klassische Open-Source-Lizenzen, Open-Source-Kollaboration. Es ist ein Give and Take. Also es geht nicht, dass jemand Mitglied ist und immer nur absaugt, sondern man muss auch aktiv beitragen. Und die Projekt-Governance, wenn jemand etwas macht, wenn wir bei der SBB etwas machen, da haben wir weiterhin die Governance. Wir sagen, wie es erfolgt, aber das Produkt geben wir dann hinterher nach den Open-Source-Regeln auf GitHub mit der Policy. Also das ist keine Anarchie. Open-Source heißt auch nicht, dass irgendjemand einen in den Code wegnimmt, ihn verändert und dann wieder zurückschiebt, sondern das Ganze ist klar geregelt. Und das funktioniert überraschend gut. Mittlerweile sind die ersten Produkte live auf der Open-Source-Plattform. Schönes Beispiel Fahrplanplanung. Das ist was, findet sehr, sehr stark im Hintergrund statt, ist aber extrem wichtig, weil es langfristige Auswirkungen hat auf die Investitionen. Die französischen Kollegen haben eine sehr gute Lösung, wie sie langfristiges Angebot planen. Ich will in 20 Jahren einen zusätzlichen Zug von Paris nach Lyon. Was die aber nicht haben, die haben keine Erfahrung in Taktfahrplänen. Und bei uns ist es jetzt eigentlich umgekehrt. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Taktfahrplänen, haben aber jetzt relativ schlechte Lösungen für diese langfristige Angebotsplanung. Und das ist so eine klassische Situation. Der eine hat was, was der andere braucht und selber hat man kein Geld, um das zu entwickeln. Und jetzt haben die SNCF, haben ihren Open-Source-Railway-Designer Open-Source gesetzt. Wir haben unseren Netz-Grafik-Editor Open-Source gesetzt. Es hat zwei Wochen gedauert, dann haben die Entwickler gegenseitig zwei Tools miteinander verbunden. Und jetzt können wir durchgängig Taktfahrpläne zeichnen und die sofort auf ihre Konsistenz prüfen und simulieren. Das hätten wir nie geschafft, wenn wir das bei uns selber gemacht hätten. SBB hatte auch das Problem, unser Netz-Grafik-Editor war noch so ein Innovationsprojekt. Wir hatten jetzt gar kein Geld mehr, um das zu einem fertigen Produkt weiterzuentwickeln. Und den Schritt haben jetzt auch die französischen Kollegen übernommen, auf Basis des Codes, den wir Open gesetzt haben. Also ist jetzt auf der einen Seite wirklich gut für uns, auf der anderen Seite, die französischen Kollegen haben das jetzt halt so gemacht, wie sie es brauchen. Und das ist vielleicht jetzt nur zu 90 Prozent so, wie wir es selber gemacht hätten. Aber das ist der Preis, den man dafür zahlt. Und das ist unterm Strich wesentlich besser, als wenn überhaupt nichts passiert wäre, wenn die SNCF, die wäre da ohne Taktfahrplan geblieben und wir wären ohne Langfristplanung und mit einem halbfertigen Tool geblieben. Also das Ganze funktioniert. Was da jetzt noch, auch ansteht in der Reihe für digitale automatische Kupplung. Das ist eigentlich so die größte Produktivitätserhöhung im Güterverkehrsumfeld. Da haben wir jetzt Standards Open Source gesetzt und jetzt fängt man wirklich dann mal auch im europäischen Kontext einheitlich, nach einheitlichen Regeln diese Technologie zu entwickeln. Und wir als SBB haben jetzt auch Open Source gesetzt, Standards, wie wir Schienen inspizieren. Das geht dann in die künstliche Intelligenz-Sache ein. Wir haben bei der SBB so ein Kamerafahrzeug, das zirkuliert immer über das ganze Gleisnetz, filmt die Schienen und erkennt dabei Defekte. Und das sind hochkomplexe Modelle künstlicher Intelligenz, da einen Kaugummi auf der Schiene von einem Riss zu unterscheiden. Und das ist eigentlich immer so, diese ganzen Big Data Themen, die leben einfach davon, dass man mehr Daten hat. Und dadurch, dass wir das Modell mit Europa teilen, in der ganzen Community teilen und die anderen Bahnen dann die gleiche Technologie mit unserem Modell anwenden, bekommen wir einfach viel, viel mehr Daten und können bessere Analysen fahren und dadurch langfristig unsere Modelle verbessern. Von daher dieses Thema Open Rail Association, Freigabe von Applikationen, das nimmt immer stärker zu. Jetzt ist die Frage, was passiert in der Schweiz? Weil wenn das in Europa vorausgeht, ist ja schon komisch, dass jetzt eine BLS, eine SOB, ein ZVV da noch nicht beigetreten ist. Das kommt jetzt auch. In der Schweiz gibt es da auch die Kooperation. Ein schönes Beispiel, Driver Advisory System. Heute hat jeder Lokführer einen iPad auf dem Zug. Der geht nicht mehr mit ausgedruckten Unterlagen auf seine Tour, sondern der kriegt ein iPad, da kriegt er live die Streckeninformationen, kriegt auch in Real-Time Informationen über seine aktuelle Pünktlichkeit, Sekundenscharf, Fahrempfehlungen, fahr ein bisschen schneller, dann hast du kein rotes Signal oder hey, du kannst ein bisschen langsamer fahren, du bist pünktlich genug, damit sparst du Energie. Die Technologie ist jetzt langsam end of life, die wird jetzt erneuert, machen wieder in Systemführerschaft, baut das die SBB auch für die BLS und für die SOB. Und da haben wir uns auch in dem Konsortium drauf geeinigt, wir machen das auch so nach so einer Art Open-Source-Lizenz, auch eben um dieses Thema zu vermeiden, ja wem gehört der Code, gehört das jetzt der SB und darf die BLS und die SOB mitreden. In so einer Open-Source-Lizenz ist das glasklar geregelt. Da gibt es dann gar keinen Streit mehr und wir sind damit eigentlich auch zukunftssicher für die nächsten Schritte. Das ist eine Lösung, die ist im Ausland und auch spannend, das wäre was, das könnte man dann später mal potenziell auch ins Ausland ausrollen. Von daher haben wir uns eben wirklich entschieden, das Ganze gleich nach so einer Open-Source-Policy zu bauen und zu betreiben. Funktioniert da auch sehr, sehr gut. Das heißt, also was mit Europa geht, geht damit ein bisschen mehr Aktivierungsenergie auch in der Schweiz. Wenn man es zusammenfasst, Open-Source funktioniert, aber man braucht den richtigen Einsatzzweck. Es war vorhin auch das Bild da mit Open-Source in Bern bei den Schulen. Mein Sohn war da zu der Zeit auch unten in der Mathe-Schule. Der hatte das Erlebnis mit dem iPad, mit der Software, die nicht funktioniert hat. Es gibt ein paar Einsatzfelder, da macht es wenig Sinn, auf Open-Source zu gehen. Gar nicht mal, weil es nicht funktioniert, sondern weil es schwer verständlich ist. Und zum Beispiel im Office-Bereich, ob man das jetzt will oder nicht, da hat halt leider Gottes Microsoft das Monopol. Also jeder kann mit Microsoft Office umgehen. Es gibt ein paar, die können sogar mit Google Office umgehen, aber de facto neben Microsoft und Google Office gibt es da halt nichts. Ich weiß nicht, ob von Ihnen mal jemand Open-Office probiert hatte. Das Ding funktioniert, aber wenn Sie jetzt neue Mitarbeitende einstellen, bis Sie die anlernen, dass die Open-Office kapieren, Office kann jeder, das bringen die ja schon aus der Schule mit. Open-Office kann keiner, wenn Sie Dokumente austauschen wollen, kriegen Sie riesige Probleme mit der Interoperabilität. Und von daher gibt es halt, ob man das jetzt will oder nicht, ein paar natürliche Monopole. Im ERP-Umfeld ist es genauso. Da gibt es halt in Europa, gibt es jetzt SAP und Microsoft Dynamics und sonst kaum Lösungen in dem wirklich großindustriellen Umfeld. Da macht es keinen Sinn, auf Open-Source zu gehen. Es gibt aber in der IT-Infrastruktur eigentlich keinen Grund, nicht auf Open-Source zu setzen. Da funktioniert das wirklich super. Und bei der Entwicklung, gerade bei der individuellen Entwicklung von Software in Bereichen, wo man eigentlich keine Konkurrenz hat, ist das eigentlich der Königsweg. Und die Beispiele aus der Open-Rail-Association, die ich vorgestellt hatte, das sind ja alles Themen, wo wir Bahnen uns nicht konkurrenzieren. Also die Infrastruktur in Frankreich ist physisch in Frankreich. Da wird eine SBB nie was sagen. Unsere Infrastruktur ist hier. Da wird die DB nie was sagen. Aber wir haben die gleichen Herausforderungen, die zu planen und zu betreiben. Und deswegen macht es Sinn, das nach einer gleichen Logik zu machen. Denn der Kernpunkt bei Open-Source ist eben gerade diese Interoperabilität. und je internationaler wir werden, wie verknüpfter wir werden, umso wichtiger wird es, diese offenen Standards zu haben. Und so kommen wir auch in Ökosysteme. Und der große Charme von so einem Open-Source-Ökosystem ist eben, das gehört keinem. Wenn Sie eine kommerzielle Plattform haben, dann gewinnt immer der Plattform-Owner. So eine Open-Source-Plattform ist reziprok. Das ist ein Give and Take. Da gibt es keinen, der die Gewinne monopolisiert und einen anderen, der nur arbeitet. Von daher hat Open-Source da einen großen Charme. Kosteneffizienz. Ja, Sie zahlen eben keine Lizenzkosten. Und wie gesagt, bei uns SBB-Anteil IT-Infrastruktur, so von 25 Prozent des IT-Budgets, so auf um die 10. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Qualität, das ist auch das, was jetzt der Dani Wagenwalder gerade gesagt hatte. Klar, Software ist nie ohne Fehler, aber Open-Source-Software ist viel, viel stärker kontrolliert als die kommerzielle Software. Und wenn Sie da immer die Meldungen lesen, wenn Microsoft wieder da halt ihre Security-Mitteilungen macht, wenn wieder der Patch-Day kommt, wenn es wieder Zero-Day-Attacken gibt, das zeigt ja auch, dass die kommerzielle Software, die ist da auch nicht besser als die Open-Source-Software. Open-Source-Software ist nur viel, viel transparenter. Sie haben das Thema Unabhängigkeit, Vendor-Login wurde auch schon genannt. Also wenn Sie mit einer Microsoft eine Lizenzverhandlung führen müssen und Sie haben keine Alternative zu Microsoft, ist das nicht so wirklich lustig. Die Software verbessert sich auch immer, also die Flexibilität ist größer, und zwar so, wie es die Community braucht und nicht, wie es der Release-Plan eines Global Players ist. Also sehr, sehr punktuell. Sie haben den Punkt mit der Innovation. Innovation, wie gesagt, Sie können selber innovieren, aber die Innovation, die aus der Community kommt, die kommt so, wie es die Community will. Also es ist schon recht ungerichtet. Sie wissen nicht, was mit Ihren Daten passiert. Wenn Sie Code freigeben, Sie wissen nicht, in welche Richtung wird der weiterentwickelt. Da kommen ganz spannende Sachen raus. Am Ende ist da in London die TFL, Transport for London, die betreiben die U-Bahn, die machen einen Großteil ihres Vertriebs nur über Open Source. Die hatten lange Jahre gar keine eigene App, sondern haben den kompletten Vertrieb über Open Source gemacht. Und dann gibt es halt die spezielle App für koreanische Teenager im Ausgang, die halt einfach von der Gruppe genau für den Zweck programmiert worden ist. Auf sowas wird man nie kommen, wenn man das selber macht. Aber ist für Transport for London extrem attraktiv. Sie haben da keine Kosten. Die ganze Entwicklung passiert durch die Community. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist Daten bereitstellen, Code bereitstellen, Schnittstellen bereitstellen. Und für uns unterm Schnitt Arbeitgeberattraktivität. Das ist wirklich das Thema. Gerade die Jungen, die wollen Open Source. Da hat man auch die größte technologische Entwicklung, die größten Sprünge. Das ist wirklich attraktiv. Also so die, einer der Gründe, warum wir da auch die alten Plattformen abgeschalten haben, war auch schlicht und einfach, weil uns die alten Experten im wahrsten Sinne des Wortes weggestorben sind. Versuchen Sie heute mal, einen Mainframe-Experten zu finden. Unseren Mainframe, ich habe mir den Antrag rausgesucht an den Verwaltungsrat der SBB. 1967 wird ein Kredit von 15 Millionen Franken gesprochen für die Beschaffung eines Mainframes. 1967. So alt ist die Technologie. Das kann man heute keinem 20-Jährigen mehr sagen. Du lernst jetzt Kobalt programmieren auf einem Kübel aus den 70er Jahren. Also wenn Sie da in die Cloud gehen, wenn Sie auf Open Source gehen, dann kriegen Sie auch die Leute. Und die Technologien sind inzwischen so Standard, die können das. Da können Sie auch eine von der Firma X relativ schnell anlernen auf Ihre eigenen Dinge. Also unterm Strich, das funktioniert. Gehen Sie den Weg. Das funktioniert auch in so einem Szenario, in einem Umfeld von einer kritischen Infrastruktur wie der SBB. Und es ist jetzt nicht, dass man das macht, um da irgendwie in zu sein oder irgendwelche Mode, sondern das hat wirklich handfeste Benefits. Nicht überall, aber da, wo es sinnvolle Einsatzzwecke gibt, sollte man es machen. Besten Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Jochen Decker, für diesen spannenden und ich würde sagen, auch sehr enthusiastischen Input. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob es Fragen, Kommentare, Anmerkungen gibt. Wir sind selber auch ein paar gekommen, aber... Sagen Sie zuerst Namen und Arbeitgeber. Hallo, mein Name ist Nicole Burth von der Schweizerischen Post. Jochen, ich würde interessieren, wie du beurteilst, die Kombination Cloud, Open Source, wie viel mehr Managed Services du bei dir selbst bereitstellen musst, gegenüber Konsumieren bei den Multiscalern, der Hyperscalern. Die erste Frage, jetzt ihr habt, du hast gesagt, 2.800 IT-Menschen unterwegs bei euch. Wie ist das machbar für jemand, der nicht so viel IT-Know-how in-house hat? Es ist ganz spannend. Wir kamen aus einer Welt, wo wir voll outgesourced waren. Da war quasi die gesamte IT, IT-Infrastruktur, war damals bei der T-Systems. Nach dem öffentlichen Vergaberecht mussten wir das Ganze neu ausschreiben und haben dann festgestellt, wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir im Zoo haben. Und deswegen haben wir dann nach und nach wieder angefangen, ein eigenes Know-how aufzubauen. Seinerzeit war so die Fertigungstiefe, wir kaufen eben diese vorgefertigten Produkte ein und waren immer noch relativ dünn. Und mit der Bewegung in die Cloud und mit der Bewegung in diesem Open-Source-Stack haben wir da wirklich nochmal massiv internes Personal aufgebaut im Engineering, weil wir diesen ganzen Open-Source-Stack selber betreiben und entwickeln. Also wir haben da wirklich intern Personal zugelegt. Dafür haben wir einen komplett gekapselten Container, wo unsere Infrastruktur quasi ready to use für jedes Entwicklungsteam vorrätig ist. Das können wir multiplizieren, wenn wir mehr Kapazität brauchen und wir können das auch frei zwischen verschiedenen Clouds verschieben. Also wir können heute zum Beispiel unsere SBB-Mobile-App wirklich mit einem Push von Amazon zu Microsoft zu Google zu NetEasy-Systems schieben. Also das, was wir dadurch gewinnen, ist Flexibilität. Dadurch baut man ein bisschen Personal auf. Unterm Strich rentiert sich's, weil wenn ich die, zum Beispiel einen Datenbank-Service vorgefertigt bei einer Amazon einkaufe, ist der auch wieder teurer. Meine Applikation ist genau auf diesen Code ausgerichtet und dann habe ich ein Vendor-Login. Und das andere Problem ist, diese Hyperscaler, die haben zwar alle plus minus die gleichen Services, aber alle nicht gleich gut. Also es kann durchaus sein, dass man eine Anwendung hat, die bräuchte eben die Datenbank von Amazon, dann die AI-Funktionalität von Microsoft, das Messaging von Oracle. Und die Kombination funktioniert im Betrieb nicht. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, diesen ganzen Cloud-Stack selber zu bauen, selber zu ingenieren, einfach um da die Unabhängigkeit zu haben. Aber der Preis ist wirklich im Vergleich zu, man geht ins Regal, holt den Artikel raus, das macht man selber. Es ist, ich sag jetzt nicht Manufaktur-Modus, es ist ein industrialisierbarer Manufaktur-Modus, weil dieser Stack wird zentral bereitgestellt. Und eine andere Frage, ja, 2800 Leute ist extrem viel. Das hat der Verwaltungsrat auch gesagt. Wir haben daraufhin letztes Jahr einen Benchmark gemacht und was da wirklich spannend war, also insgesamt die IT-Kosten der SBB liegen unter den Medianen der europäischen Bahnen. Also das, was Sie hier erleben in der App mit der Kundeninformation, ist günstiger als das, was Sie zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich zahlen. Und das Spannendste war, diese ganzen Betriebsleistungen, Betrieb der IT-Infrastruktur ist am untersten Quartil in dem Benchmark. Also das ist wirklich günstig. Wir geben unser Geld bei der SBB für Projekte aus. Wir machen dreimal so viele Projekte wie der Durchschnitt der europäischen Bahnen und fünfmal so viele Projekte wie das unterste Quartil. Und das war eigentlich auch das, was wir als Ziel hatten, dass wir eben mehr Business-Funktionalität aus dem IT-Franken rausholen. Also Betrieb runter, dafür mehr Projekte. Man kann sich dann eher fragen, machen wir zu viele Projekte? Ich persönlich würde sagen, ja. Die Frage ist, jemand, der nicht so groß ist oder nicht so viel Know-how hat wie ihr, ist es dann sinnvoll, diese Managed Service, sage ich, wie du es jetzt genannt hast, zusammengefasst hast, selbst zu betreiben oder ist man dann nicht besser auf, man lässt es bei einem der Großen? Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, was der Anwendungszweck ist. Also für so, sagen wir es mal so, unkritische Standardaufgaben funktioniert es sehr gut, das out of the box zu nehmen, wenn es dann komplexer, wenn es kritischer wird, gerade wenn es stärker integriert ist, ja, dann hat man immer so ein paar persönliche oder firmenspezifische Spezialitäten, die man einbauen muss. Aber wenn ich jetzt ein Startup wäre, ich würde mich aus dem Standardkatalog bedienen. Wenn das Startup irgendwann mal wächst, dann wird man anfangen, das Ding ein bisschen selber zu veredeln. Vielen Dank. Ja, dort hinten. Genau, wenn Sie mögen, gerne Namen und Affiliationen nennen. Ja, also die Frage ist, was ist der Markt? Also für Bahnapplikationen gibt es in dem Sinn keinen Markt. Also wir haben das auch mal versucht, Software zu verkaufen. Also Gary weiß das Besten vom BAV. Wir haben in der Schweiz ja eigentlich so das weltweit beste System, wenn es darum geht, Real-Time-Entzugsverkehr zu steuern. Das war auch mal die Idee, das an andere Bahnen zu verkaufen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aus zwei Gründen. Der eine Grund war, die anderen Bahnen hatten gar nicht die Infrastruktur, um die Applikation anzuwenden. Also Infrastruktur im Sinn, die Daten, die man vom Gleisnetz braucht, in ein Rechenzentrum zu bekommen, um das Ding zu steuern. Und das andere war schlicht und einfach Leute und Know-how. Also um diese Lösungen bei einer anderen Bahn zu implementieren, hätten wir unsere besten Leute da hinschicken müssen, dann hätte man sie selber nicht mehr bei uns gehabt. Deswegen haben wir auch aufgehört, da irgendwie Software zu verkaufen. Von daher ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie ein relevanter Player da anfängt, einfach mal Software Open Source zu setzen. Wenn es so wäre, wäre es für uns eigentlich super. Also wenn tatsächlich mal eine Lösung, die die Bahnen wirklich brauchen, also zum Beispiel Fahrplan, der basiert immer noch auf einer Lösung aus Deutschland. Harkon heißt die Firma. Wenn Harkon die Fahrplanlogik Open Source setzt, ich glaube, Gerrit, du wirst glücklich für Modig, wenn das Ding Open Source käme. Wir wären alle glücklich, wenn das so käme, aber solange eine Firma halt das Gefühl hat, sie können da Gewinn abschöpfen, werden sie das nicht tun. Gut, wir kommen schon langsam. Ja, nehmen wir noch gerne die dritte Frage und dann gehen wir schon Richtung Kaffeepause. Für das Video schnell auf Ton. Mein Name ist Lukas Weibel von der CSS. Meine Frage ist, lasst ihr Beiträge von der Community, also von der Public Community zu? Wie macht ihr das? Und kommt ihr auch Beiträge über? Ja, beides. Also, ich glaube, man muss es trennen. Das eine ist halt so im Bereich der IT-Infrastruktur, also unser Cloud Stack, der ist auf GitHub. Der wird zum Teil auch woanders verwendet. Da kommt auch immer wieder mal was rein, aber halt streng geregelt nach den Open Source Kriterien. In dem Bereich aus der Open Rail Association, da stehen wir jetzt erst am Anfang. Kommt aber sehr stark. Zum Beispiel dieser Open Source Railway Designer von der SNCF, den hat die SNCF gemeinsam mit der Uni Montpellier entwickelt. Und da kommt aus der Uni-Schiene kommt extrem viel Change rein. Und da auch die Verknüpfung da mit unserem Netzgrafik-Editor, die kam da eben auch von außen. Und die entscheidende Frage ist ja nur, wenn da quasi Code angepasst wird im GitHub, übernehmen wir den dann wieder zu uns zurück, arbeiten wir auf der Basis weiter oder bleiben wir quasi auf unserem Zweig von dem Ast. Und das hängt eben sehr stark davon ab, in welche Richtung so der Baum wächst und was wir dann brauchen. Also da sind wir wirklich sehr, sehr offen. Aber das wird die Zukunft zeigen, auch wie stark die Produkte da weiterentwickelt werden. Aktuell sehen wir immer, das ist mehr noch so fast so eine Eins-zu-eins-Beziehung, sehr spezifisch da, wo man es braucht. Also beispielsweise jetzt dieser Railway Designer und Netzgrafik, die sind sehr, sehr eng zusammen. Also die zwei Teams, die haben jetzt da auch zueinander gefunden, also unseres und das Team der SNCF. Die sind jetzt eigentlich so ein virtuelles Team und da geht das Ding Hand in Hand. Andere Frage wird es, wenn dann zum Beispiel digitale automatische Kupplung europaweit entwickelt wird, werden die zueinander finden? Und vor allen Dingen, wie spielt da die Industrie mit? Und das wird in den Fragen halt schon spannend. In dieser Bahninfrastruktur, da gibt es halt die Siemens, Alstom, Thales dieser Welt, die haben da alle ihre kommerziellen Eigeninteressen. Treiben die das oder blockieren die das? Kapern die das? Bremsen die das? Lenken sie es ab? Das wird man sehen. Das liegt aber dann auch an uns als Bahn, das halt in die richtige Richtung zu drehen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Jochen Decker, für diesen spannenden Einblick und die Arbeit der SBB mit und für Open Source.